ÖFB-Knaller gegen die Türkei. Polizei bereitet sich auf riesen Fanmarsch vor. Das sind die Top News des Tages. In Baltimore krachte ein Containerschiff in die Francis Scott Key Bridge. Die über 2,5 Kilometer lange Brücke brach daraufhin komplett zusammen. Beim Schiff handelte es sich um einen unter der Flagge Singapur fahrenden Frachter namens Dali. Es sollen mindestens sieben Personen über Bord gegangen sein. Ein Rettungsteam sei mit Tauchern vor Ort. Die Kirche lockt junges Lehrpersonal mit 3.400 Euro Mindestgehalt an. Knapp 123.000 Wiener Schüler werden derzeit von 1.420 Pädagogen der Erzdiözese in Religion unterrichtet. Doch damit ist vielleicht bald Schluss. Im kommenden Jahr werden viele Religionslehrer in Pension gehen. Fast 40% des Lehrpersonals ist mittlerweile über 56. Um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, startet die Kirche jetzt eine Werbekampagne. Großer Türkei-Fanmarsch bahnt sich an. Am Dienstag findet in Wien ein Freundschaftsspiel zwischen Österreich und der Türkei statt. Der Fansektor der Gäste ist komplett ausverkauft. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Ab 17 Uhr versammeln sich die Fans am Räumannplatz. Später geht es zum Praterstern und von dort zum Ernst-Happel-Stadion. Beamte werden den Marsch begleiten. Mehr Infos findest du auf heute.at